Ich sage mal, es ist eine Geschichte über Network-Marketing und die Möglichkeiten, oder? Manchmal ist das, was wir tun, ja nicht planbar oder unverhofft. Man glaubt es kaum, oder? Wir hatten jetzt, wie gesagt, zwei Tage lang unsere erfolgreichste türkische Beraterin bei uns im Headquarter mit ihrer Struktur. Und da sind vielleicht so zwei, drei Dinge ganz interessant für uns, weil sie uns auch motivieren, weil sie uns zeigen, was es für Möglichkeiten geben kann. Also, was kann ich über sie sagen? Ich meine, sie ist seit drei Jahren im Unternehmen. Was kann ich über sie sagen? Sie ist seit drei Jahren im Unternehmen. Sie betreibt das Geschäft alleine. Sie ist heiratet, aber sie macht es allein. Sie hat drei Kinder. Das Jüngste ist jetzt zwei Monate alt, also in den drei Jahren hat sie auch ein Baby bekommen. Sie hat nur zwei Monate alt. Sie hat nur zwei Monate alt. Sie hat noch nie vorher Network-Marketing gemacht? Das ist also ihr erster Versuch? Wir arbeiten in unserer компанию. Sie hat noch nie vorher noch nie erfahren. Und dann ist jetzt die Frage, was würden wir jemandem zutrauen mit diesen, ich sage mal, mit diesen Vor-Konditionen? Was müsste er nach drei Jahren erreicht haben? Ich erzähle die Geschichte von vorne. Ich sage mal, ihr Einstieg war relativ normal, würde ich sagen. Juni 2013 ist normal. Und im November wurde sie 21 Prozent. Ich glaube, da würde jeder sagen, das können wir besser. Und im November wurde sie 21 Prozent. Wir haben schon gesehen, dass sie gut arbeiten können. Ein Jahr später, in 2014, ich meine, im Juli 2014 hatte sie 24 Prozent. Da hat soweit auch nichts so außergewöhnliches. Und, wenn ich mich nicht erinnere, dass sie in Juli 2014 waren es dann 10,21 Prozent. Und jetzt wird man schon langsam ein bisschen nervöser, oder? Und jetzt gehe ich mal nur in dieses Jahr rein, also jetzt 2016. Monatsumsatz im Januar 2,2 Millionen Punkte. Letzten Monat im Juni 6,1 Millionen Punkte. 19,21 Prozent, Linie 19. Monatscheck 68.000 Euro netto. Ihr je-jemесяch Euro netto. Euro. Euro? Euro. Was kann man noch sagen? Sie hat mittlerweile, nach drei Jahren, Berater in 20 Ländern. Ihre Sales-Horse ist 68.000 Partner. Und wenn man jetzt mal die Qualität der Struktur anguckt, die Qualität, das ist ja das eigentlich beeindruckende, was jetzt kommt. Von den 19, 21 Prozentern sind nach drei Jahren sechs Linien davon mit mehr als 100.000 Punkten im Monatsumsatz. Die stärkste davon, Elif, ist mittlerweile selbst in Präsidentenqualifikation. Weitere vier Linien machen über 50.000 Monatsumsatz. Das kann man, glaube ich, dann schon sagen, ist ein Network, ein LR-Märchen. Und ich glaube, das kann man wirklich eine Geschichte in unserem Business. Wenn man folgendes sogar bedenkt. Ich kann kurz sagen, wie ich die Sales-Han kennengelernt habe. Das ist ja das Kuriose. Das ist eine sehr kuriosste Geschichte, wie ich mich mit Sales-Han kennengelernt habe. Ich habe sie kennengelernt auf einem Meeting. Das erste, was sie zu mir sagte, Thomas, ich werde nicht zu Meetings kommen. Ich habe Familie, ich gehe nicht auf Meetings. Ich mache nur ein bisschen Social Media. Первое, was sie mir sagte, als wir mit einer normalen Veranstaltung im LR-Märchen, im Seminar, sie sagten, Thomas, ich will nie gehen auf irgendwelchen Seminarern, in irgendwelchen Training, ich werde nur mit sozialen Sätzen arbeiten. Heute ist das natürlich nicht mehr so. Heute ist das nicht mehr so. Aber heute ist das natürlich nicht mehr so. Und sie ist nur durch Zufall dabei, durch Zufall. Unser Geschäft ist manchmal Zufall, ja. Und sie kam in unser Geschäft praktisch случайно. Das ist wirklich sehr случайно, wenn Leute kommen, wenn sie kommen. Weil ihr einen Vermittler habe ich jetzt kennengelernt. Ihr Vermittler war auch Soldat. Ich habe mich auch mit Sponsor, dieser Partner, Udo Soldaten. Und er hat dir einfach nur durch Zufall die Produkte vorgestellt. Und sie hat gefragt, ob sie das vielleicht auch machen möchte. Und sie hat gesagt, das kann ja vielleicht ganz interessant sein, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ich gucke mir das mal an. So einfach. Eine Frau, bitte? Nein, ein Mann. Ein Mann. Und sie hat ihn nicht geschlagen. Aber ein Rekord hat sie nicht geschlagen. Sie war bisher nicht der schnellste Präsident bei LR. Es ist noch nicht der beste Präsident der Kampagne. Der beste Präsident bei LR? Der beste Präsident bei LR? Der beste Präsident bei LR? Das ist mein Freund, Heinrich Erdmann. Das ist mein Freund, Heinrich Erdmann. Ja, das ist nur Geschichten. Ja, das ist so.